hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar steep das spiel zwar schon ein bisschen älter aber ich finde das ist ein bisschen in den hintergrund gerutscht und ich finde auch das ist eines der sagen wir mal besten games ist von you play wir haben uns so gedacht da ich das spiel nicht zurück setzen kann was total schade ist die fraktion so ein bisschen wieder verkackt hat man kann das spiel nicht zurücksetzen ich hätte es gerne von vorne mit euch angefangen aber ich habe mir jetzt gedacht wir fangen erst mal die leichten strecken an wir machen das die ganze zeit im stream und könnt auch gerne dazu kommen mit auf die strecke ein bisschen drum cruisen und so aber wir starten jetzt erstmal mit den leichten sachen und zwar auf diesen berg alaska gucken wir uns dann später an wir haben hier reizende tag war das naja genau das war was leichtes fangen wir damit an zielpunkt zahl ist hier gewesen weiß ich das überhaupt eine bestleistung besteht die bestleistung drinnen wir hätten es eben sehen können theoretisch ich trottel reizende tag es werden 1500 nötig auf gold alles klärchen hier könnte man es noch mal sehen ok nein die fels im sprecherort kannst du nicht löschen du kannst auch dann nicht dein ding ins ausmachen das automatische updating mit der cloud weil er das immer von der cloud zieht wohl so ein bisschen runde muss erstmal ein bisschen wieder auf die steuerung klarkommen so glaube ich schon ein bisschen länger nicht mehr gezockt oh oh shit das wird nix ein bisschen auer getorn du ich sehe und zack hier nochmal kurz was nö ist nicht so eine gute idee gewesen da haben wir ein bisschen übertrieben mit unserem kleinen board was für eine fahrt was für ein rausch jetzt haben wir abgeschlossen gucken wir doch direkt mal ins nächste rein das war das hinterland freeride ist das ballett überla 1500 punkte müsste gehen neben 준 hin 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 hat er joue oh das war knapp warum auch immer er das jetzt gestanden hat in dem den jetzt haben hier richtig schön hoch und legen uns fett auf die fresse ich gucke mir sofort die post anja ich glaube wir sind gerade knapp rüber oder waren das nur das falsche es ist auch jedes mal dasselbe das werde ich glaube ich nie 1600 okay wir werden drüber gewesen auf jeden fall das genau das was ich gerade erzählt habe der post danke kabel so nächste zwar diese hier glaube ich das bräuchten wir eine 125 9 auf jeden fall was zeitlich ist diese dingers das kann ja noch lustig werden stopp mal irgendwie weiß ich nicht so richtig vor lang doch wir bleiben auf unserem snowboard aber diesen wort drücken genau sieht man nicht normalerweise die strecke ok ich weiß doch gar nicht wo ich hin muss das todes nebelig wir gehen nach unten und dann nach rechts ja gg jetzt kann ich nicht mehr auf wiederholung drücken ist denn ernst so dünner baum ein man kann nicht wiederholen oder was wo ist denn das hier ist doch verarsche attacke mit der steuerung mit dem auseinandersetzen glaube ich zack die wiki gleich rüber die zeit sollen es nicht aufhalten noch ein paar tricks zu machen beim fliegen rüber rüber zwar ein bisschen zu viel wow so Leuker hat. Okay, hier ist es aber irgendwo auf jeden Fall. Das ist aber schwer. Das muss man schon schnell machen. Wenn das leicht ist, ich weiß auch nicht. Neuer Versuch. Haha, ich hab's gefunden. Mal ein bisschen Geschwindigkeit hier runter, so. Ne, hier ist nix mehr mit Geschwindigkeit. Oh, ätzend. Ich muss da, ich darf da nicht hängenbleiben. Hät mir auf jeden Fall diese... ...Geschwindigkeit. Die Schnee über den Fügel rüber. So, zack. Ach, komm schon. Ich hab da wirklich hängen geblieben. Ich wollte auch gerade mit Sicherheit durch. Oh, alles klar. Irgendwie zu langsam. Komm hier so runter. Gehen wir auch nicht Speed holen. Okay, diese Stelle. Die muss ich mir jetzt ein bisschen merken. Das ging aber jetzt schon so ziemlich schnell, muss ich sagen. Das sind auch Bäume. Fuck. Jesus. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zwischendurch Wir haben uns hier gefangen Wir wollten da rüber danach glaube ich Irgendwie Können wir hier wieder Vollgas geben Und hier rein Zack Dein Ernst Steht da einfach so ein Stein rum Wenn ich noch gerade so berühre Au Das schaffen wir auf jeden Fall Mondel hi grüße dich Jo alles Tote jung bei dir Also langsam Also man schafft es auf jeden Fall doch in der Zeit In perfekten Lauf reicht es gerade nicht Dafür springen wir fett in das Ziel rein 1.30 Sollte es ja gewesen sein 2 Minuten 1 sollten wir da nur haben Okay das war stilles Dorf Geschicklichkeitsdrift 1 Minute 42 Wird sich Wird sich noch nicht viel Zeit an Und man kommt hier auch erstaunlich gut durch Ups Wollt hier eigentlich springen Wollt hier eigentlich springen Wollt hier eigentlich springen Der Knaller für den PC Wenn du Winter Spiele spielen willst Muss ich echt sagen Echt schade dass es nicht so viele spielen Ist echt gut untergegangen das Game Ja Nice sogar noch mein persönlicher Wässrigpot Die Zeit habe ich geknackt nochmal Ja super Hier sie Und eine haben wir glaube ich noch auf der Freeride Liste Und das wäre das Einladungsevent Okay vielleicht haben wir das auch rückwärts gemacht Man weiß es nicht 2500 Punkte Es geht um ein Freeride Event Der durch ein Dorf führt Wenn du erster werden willst Wirst du ein paar Risiken eingehen müssen Weiche Hindernissen aus Nimm die höchsten Sprunge mit Fahr den Bergrad entlang Und zeig so viele Tricks wie du kannst Bereit? Dann leg los Runter da Dann mal los runter da Oh Er hat sich nicht gerade wirklich hingelegt Okay wir versuchen es nochmal Ups Hat er das jetzt echt überlebt oder was? Die Punkte halt schon voll Die Punkte halt schon voll, wa? Nice Das sind die 10 Linie Okay Boom 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 Ja und damit haben wir diese Freeride Sachen glaube ich auch direkt schon abgeschlossen In leicht In leicht wohl gemerkt Wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder Wenn wir nochmal In diesem Abschnitt Des Spiels Die leichten Sachen durchspielen Ich würde mich freuen wenn ihr wieder reinschaut Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen da Lasst einen Daumen da Damit noch Mehr von diesen Videos kommen Wenn es euch richtig gefallen hat Das ist so richtig dolle Und ihr wollt nichts mehr verpassen Lasst ein Abo da Ansonsten Sehen wir uns Beim nächsten Mal Tschüssi